Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht es sich um Evoli. Ihr habt den Titel schon gelesen, es geht um das erste Raid Event, was es in Pokémon Kamsin und Purpur gibt. Das Ganze dreht sich um Evoli, geht jetzt vom Freitag bis Sonntagabend 0 Uhr oder 23.59 Uhr. Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall an den Raids teilnehmen, um da die Evolis zu fangen in verschiedenen Kristallen. Da kommen wir gleich zu. Ihr seht auf jeden Fall das Event, wir haben auch den nächsten Klurak-Event, auch ganz wichtig. Aber hier sehen wir, das Evoli Event geht vom 25. bis zum 27.23.59 Uhr. In der Zeit erscheinen in Raids Evolis ganz, ganz viele in allen möglichen Sorten, Leute. Und ich zeige euch gleich, wie ihr das erkennt, ob ihr, ich sage jetzt mal, wenn ihr alleine spielt oder den Raid selber auslösen wollt, wie ihr erkennt, dass es ein Evoli Raid ist. Ich zeige euch gleich mal ein Beispiel. Ihr seht, das sind die normalen Raids auf der Karte. Hier ist ein Wasser Raid, da haben wir ein Unlicht Raid und die sehen wir ja alle. Aber wir haben jetzt besondere Raids auf der Karte, nämlich diese hier zum Beispiel. Die leuchten, man sieht es ja im Verhältnis zu dem, dass da ein Unterschied ist und das ist jetzt ein Evoli. Und hier haben wir zum Beispiel ein Drachen-Evoli, wir haben, das haben wir noch so, wir haben hier einen Kiefer-Evoli. Also man kann jetzt Flug-Evoli, also man hat jetzt Evoli in allen Kristallsorten, kann man sich jetzt relativ schnell zulegen, weil auf der Karte überall Evolis sind. Also auch für die, die beispielsweise keine Online-Mitgliedschaft haben und wollen das Ganze gerne alleine für sich spielen, ist das machbar. Schwierigkeitsstufen von 1 Sterne bis 5 Sterne, das heißt, wenn ihr falsch alleine spielt, könnt ihr auf jeden Fall die 1, 2 und 3 Sterne, könnt ihr easy-blatt machen. Alles was da rüber ist, sagen wir 5 ist alleine, vielleicht doch schon ein bisschen happig, da muss man doch schon vielleicht ein bisschen gucken. Aber theoretisch findet man genug, auch 1 bis 3 Sterne Evolis. Warum das Ganze heute? Ja, natürlich hat man jetzt die Möglichkeit, Evoli in allen Terra-Kristallisierungen zu bekommen. Das heißt, wenn ihr Evoli in die Terra-Kristallisierung setzt, dass es dann den dementsprechenden Typen bekommt, wie jetzt in dem Fall, wo wir jetzt hier gerade hinreiten, Drachen. Und ihr könnt es halt nutzen, den Zeitraum, mit euch alle Evolis so holen, besonders für Sammler interessant, die sagen, hey, ich hätte gerne auch ein Evoli in allen Sorten mal in der Box, gibt es ja auch. Aber auch vielleicht für den einen oder anderen, der eine Evoli-Entwicklung eventuell spielen möchte und sagt sich, hm, so ein, ich sag jetzt mal als Beispiel, ein Aquana mit Terra-Kristall-Pflanze hätte ich eigentlich gerne. Und so könnt ihr euch jetzt ja eigentlich relativ einfach, in Anführungszeichen, ein Pflanzen-Evoli holen und einfach das zu Aquana entwickeln. So, hier seht ihr zum Beispiel Drache Terra, die sind auch so Gold und die Sterne sind blau. Daher kennt ihr sofort das Event. Haben wir hier einen 5 Sterne-Drachen-Evoli-Raid. Also, die, wie gesagt, fehlen wir jetzt überall auf der Karte. Das Ganze kann auch über, man kann auch online, wenn man sagt, oh, man will jetzt nicht unbedingt die Raids alleine starten oder es kommen jetzt irgendwie keine mit rein. Die, die eine Online-Mitgliedschaft haben, können auch zum Beispiel auf Poké-Portal gehen, gehen dann hier auf Terra-Raids. Hier müssen im Internet verboten sein, ganz wichtig. Und dann ploppen wir jetzt hier auch Raids auf. Komischerweise, die ersten 8, die hier auf der Seite sind, die hier, die seht ihr oben auch schon, das wären jetzt zum Beispiel 4 Evoli-Rades, auch von 1-Sterne bis 5-Sterne. Da komme ich nie rein. Ohne Mist, ich habe noch nie es geschafft, in eine Raid hier reinzukommen. Hier würde ich sagen, geht auf zufällig und wenn ihr Glück habt, kommt ihr mit rein. Dann kann man auch sagen, als Ankündigung mittendrin am Samstag, also der 26. zwischen 3 und 6 Uhr ungefähr, die 3 Stunden, werde ich hier auf dem Kanal, also auf dem YouTube-Kanal, live streamen. Und da werden wir nur die Evoli-Rades laufen. Das heißt, für die Leute, die keine Lust haben, falle ich hier alleine zu machen, weil die sagen, oh nö, schaffe ich vielleicht nicht oder will ich vielleicht gar nicht oder ich würde gerne ein paar Leuten helfen. Kommt gerne in den Stream, wir machen die zusammen, wir gehen mit euch Raids durch, ihr könnt die starten, ich kann die starten. Also wir können da zusammen so gesehen versuchen, auch wenn ihr sagt, oh ich brauche noch trinken, Feuer-Evoli, können wir da falsch was machen. Ja, dann gehe ich gucken, falle ich andere gucken, wir machen mit dem Passwort auf und dann laden wir alle ein und dann spielen wir hier zusammen am Samstag in den 3 Stunden die Raids. Das können wir in Zukunft auch gerne bei anderen Raid-Events machen, also zum Beispiel Clurac die Woche drauf und den ganzen, also alles was kommt, wenn ihr Bock habt, können wir da gerne hier in Zukunft zusammen die Raids. Ab dieser Samstag zwischen 3 und 6 Uhr, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, wie gesagt, ich mache mal ganz kurz hier einen Raid auf. Also ihr wisst Bescheid, Leute, also von heute bis Sonntag, Evolis in allen Varianten auf der Karte, ihr seht, dass die Raids so leuchten, daran erkennt ihr, dass die Raids auf der Karte, dass es halt die Raids sind. Und wenn ihr sonst hingeht, ihr seht auch die Farbe des Kristalls war ein bisschen anders, der Hintergrund hier des Spielerbildschirms und ihr seht, sobald ihr eine Suche startet, Leute, es hat keine paar Sekunden gedauert und wir haben direkt einen kompletten Vierertrupp voll. Also, wenn ihr gerade die höheren Raids startet und ihr habt eine Online-Mitgliedschaft, könnt ihr auch mit Random spielen. Aber für die, die keinen Bock drauf haben, Samstag, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Würde ich auch an der Stelle gerne vielen, vielen Dank sagen, alle, die hier ein Abo und ein Like da gelassen haben. Wir sind mittlerweile bei 760 Abos zur Zeit der Aufnahme dieses Videos. Crazy, Leute. Wir greifen, wenn es gut läuft, noch die 1000 dieses Jahr an, was verrückt wäre. Ja, also, vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich werde mir jetzt hier hoffentlich das Drachen-Evoli snacken. Achso, ganz wichtig, Leute. Die Belohnungen für die Raids sind auf jeden Fall etwas anders, habe ich gelesen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele coole Items mit dabei sind. Ich weiß nur, ich habe gelesen, dass einige Seiten schreiben, dass man eine Chance auf die Evolution-Steine hat. Also, dass halt zum Beispiel ein Wasserstein droppen kann, dass ein Blattstein droppen kann. Also, dass diese ganzen Steine droppen können. Wir können mal gerne nach diesem Raid, ich meine nochmal, ich lasse dir einfach die Aufnahme weiterlaufen, aber kommentiere es nicht. Und wenn Evoli down ist, dann gucken wir nochmal ganz uns die Belohnung als Abschluss an. Also, wir sehen uns gleich. So, Leute, Evoli ist down. Also, der Tipp vielleicht noch, ihr könnt jetzt jeden Ball werfen. Wenn ihr sagt, oh, ich hätte gerne das Evoli lieber in einem Heilball oder ich hätte es lieber gerne im Nestball, Tauchball, was ihr halt immer haben wollt, werft diesen Ball, ja. Weil es bleibt in diesem Ball drin. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich möchte es jetzt gerne aber in einem Heilball haben, weil ich finde Evoli in einem rosa Ball, finde ich ganz süß. Und bei Raids ist es so, Leute, also, ich weiß nicht, ich habe da nichts zu gefunden, der das 100% bestätigt. Aber mir ist noch nie ein Pokémon ausgebrochen und ich werfe auf teilweise Dragorans und so Pokébälle. Also, ich würde mal sagen, ist es egal, was ihr werft, ja. Also, auch hier ein Heilball. Es müsste, glaube ich, sogar auf Level 75 sein, dass Evoli uns sieht. Die bleiben immer drin. Also, bei Raids habe ich immer die Bälle, die ich cool finde. Und hier sehen wir als Belohnung haben wir auf jeden Fall Evoli, Hartler, Prachtfeder, Sonderbonbons. Also, ich sehe jetzt, hierbei hatten wir jetzt nichts extrem Besonderes dabei. Aber wie gesagt, es soll anscheinend auch besondere Eignis als Loot geben. Wenn ihr da was bekommen habt, schreibt es zwar gerne in die Kommentare, da können wir das Ganze ein bisschen ergänzen. Ich habe jetzt nichts Exaktes dazu gefunden. Und wie gesagt, und das Evoli war jetzt auf 5 Sterne und müsste, wie gesagt, dementsprechend auf Level 75 sogar gewesen sein. Wir können uns das Ganze nochmal angucken. Ah, Evoli erstmal hier in die Box. Wir werden das Video nicht zu lange ziehen. So, wir gucken uns das Ganze, wenn ihr möchtet, nochmal ganz kurz an. Das Evoli müsste jetzt auf Box 7 sein, äh, Box 8 sein. So, ihr seht, heute war mit 85. Viermal sensationell auf jeden Fall, aber das war bei dem anderen auch. Also, hier bei dem letzten 75er zum Beispiel. Da waren es sogar fünfmal sensationell. Also, Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, lasst gerne ab und lasst ein Like da. Und bis dann und ciao. Also, wir sehen uns, lasst gerne ab und lasst gerne ab und lasst gerne ab.